Hallo und herzlich willkommen beim Invest Invest YouTube Channel. Mein Name ist Deutsch, Benjamin. Mein Name ist Hannes Hörtnagel. Und heute haben wir das Thema, die Preise explodieren. Achtung, die Inflation ist da. Und wir haben in diesem Jahr, besonders in diesem Jahr, viele, viele Schreckgespenster gehört. Wir haben überall gehört, oh, die Preise fallen, die große Deflation. Deflation bricht jetzt über die Welt hinein. Der größte Crash im Aktienmarkt findet statt. Wir haben Prognosen gelesen von DAX 5.000 Punkten und alle diese Prognosen auf jeden Fall. Und Fakt ist aber allerdings, meine Lieben, dass von Deflation dieses Jahr überhaupt nichts zu sehen war. Selbst die Krise beziehungsweise der Ausbruch im März, wo wir diesen Abverkauf in den Aktienmärkten hatten, war de facto, die Inflationserwartungen waren nie negativ. 2008 waren sie negativ, ja, das stimmt. Aber 2020 waren sie nie negativ. Man kann das also einen disinflationären Schock nennen, aber man kann es auf keinen Fall einen deflationären Schock nennen. Und deshalb müssen wir heute über die Preise sprechen, weil gerade sich derzeit eben aus den USA, und das ist immer eigentlich das Wichtigste als Investor, dass hier die Inflation deutlich anzieht und die Inflation schon da ist. Und ich glaube, viele denken, ja, die Inflation ist ja nicht da. Wir haben jetzt ausgewiesene Verbraucherpreisindizes, die negativ sind, zum Beispiel im Euroraum. Auch in China mittlerweile sind die Verbraucherpreisindizes gefallen. Und da denkt man eben, ja, es ist eh keine Inflation da, kein Problem. Und auch die Politiker mit der Notenbank, Better Reserve, Christine Lagarde mit der EZB, oder natürlich auch in der Bank of Japan oder Bank of England auch, die haben überhaupt keine Angst vor der Inflation und sagen auch zu den Regierungen, bitte, wir stehen bereit, dass ihr euch günstig finanzieren könnt. Ihr müsst bitte das Geld rausbringen, raus und das Volk bringen. Das ist nun euer Job, also eben von der fiskalen Seite zu stimulieren. Hannes, ich glaube, ein super Thema für heute. Ganz richtig, Benjamin, ein super Thema, nicht nur für heute, sondern generell für unsere Zeit, und es ist auch so bezeichnet für unsere Zeit. Ich muss da ganz ehrlich sagen, natürlich macht sich Christine Lagarde keine Sorgen um die Inflation. Sie wird sie nicht betreffen. Christine Lagarde hat ja eine schöne Druckerpresse und bald hat sie noch mehr so eine Druckerpresse. Bald hat sie das digitale Zentralbankgeld. Dann braucht sie nicht einmal eine Druckerpresse und kann da immer auf den Knopf drücken, frisch und fröhlich dahin. Da würde ich mir auch keine Sorgen um Inflation machen, persönlich. Sie hat ja nicht gesagt, dass sie sich keine Sorgen um uns Europäer macht, sondern dass sie sich keine Sorgen um sich macht. Und von dem her ist das ja alles richtig. Benjamin, aber Faktum ist eines. Ein Indiz, was irgendwie auch keiner so beobachtet, in meinen Augen, für eine massive Inflation ist Folgendes, wo es sich in meinen Augen auch deutlich ablesen lässt. Und zwar, wir haben in Europa, in den USA, in Asien steigende Aktienkurse. Die Indizes steigen und steigen, als wenn es keinen Morgen geben würde. Und zur gleichen Zeit, zur gleichen Zeit haben wir Arbeitslosenzahlen, wie gesagt, die wir in Europa so in meinen Augen noch, zu meinen Lebzeiten noch nie hatten. Das gleiche in den USA. Und diese Arbeitslosenzahlen werden weiter steigen. Diese Firmenpleiten werden nächstes Jahr das richtig beginnen. Also trotzdem haben wir steigende Aktienkurse. Im Grunde ist ja das schon ein massives Indiz in meinen Augen für eine eher dramatische, außer Rand und Band ufernde Inflation, die auch schon da ist natürlich. Natürlich merken es die Menschen aber nicht, weil sie natürlich derzeit sehr von Staatsgeld abhängig sind. Dass sie froh sind, dass sie irgendwas bekommen, dass irgendwie alles halbwegs funktioniert. Und sich ja noch relativ alles gut anfühlt. Also wie gesagt, der Drogensüchtiger bekommt noch seinen Nachschub, bekommt noch seine Nadel. Von dem her ist alles noch gut. Die Party ist noch voll im Gange. Der kalte Entzug ist noch nicht da. Von dem her, Benjamin, alles gut. Also hat noch keiner Angst vor der großen Inflation, hat noch keiner irgendwie das Ganze am Schirm. Und wie gesagt, dass unsere Regierenden und unsere Notenbanker das Ganze natürlich vielleicht nicht so dramatisch sehen und dass sie einen natürlichen Prozess der Bereinigung auch sogar empfinden, der ihnen den ganzen Druck von den Schultern nimmt, diese Inflation ist auch verständlich. Und deswegen glaube ich, Benjamin, gehen wir da mit Riesenschritten auf diese große Inflationswelle zu, die uns allen dramatisch, dramatisch wettern wird. Hannes, lassen wir mal die Zahlen sprechen, würde ich sagen. Schauen wir uns doch mal die Fakten an. Und zwar, wir blenden jetzt eine Grafik ein, wo wir aufzeigen, dass im US-Dienstleistungsgewerbe und im US-verarbeiteten Gewerbe, was hier mit den Preisen passiert. Und nur mal zur Wiederholung, was gibt es denn im zum Beispiel US-Dienstleistungsgewerbe? Das US-Dienstleistungsgewerbe, da gibt es zum Beispiel die Landwirtschaft, ist da eine Branche davon, die Forstwirtschaft, Fischerei und Jagd, Immobilien, Vermietung und Leasing, Transport und Lagerung, Finanzen und Versicherungen, Bergbau, Konstruktion, etc. Und wie man hier ganz gut in dieser orangen Linie sehen kann, ist, dass wir mittlerweile schon auf den Niveaus von 2017 sind. Aber 2017 war die Welt noch in Ordnung. Also die Preise ziehen trotz globaler Weltwirtschaftskrise massiv an. Dann schauen wir weiter ins verarbeitete Gewerbe. Die blaue Linie in dieser Grafik sieht man auch sehr gut. Die Preise ziehen massiv an. Was gehört da dazu? Wir haben Holzprodukte, Papierprodukte, Metallerzeugnisse, Primärmetalle, wir haben Maschinen, Druck- und Verwandte, Supportaktivitäten, Lebensmittel, Getränke und Tabakwaren und selbstverständlich auch Chemikalien. Also wir sehen auf breiter Front, dass die Preise seit dem Pandemietief anziehen. Und auch spektakulär in dieser Grafik ist Folgendes, dass die Preise seit 2018 im Oktober gefallen sind und nicht nur mit dem Schock im Februar und März. Also man sieht hier schon eindeutig, was Sache ist. Man kann jetzt auch davon ausgehen, dass diese Preise innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre weiterhin so anziehen werden oder sogar total explodieren. Wir sprechen hier von, insgesamt sprechen wir von 33 Branchen in Dienstleistungsgewerbe und verarbeitenden Gewerbe. 33, wovon 32 Branchen Preiszuwächse signalisiert dann im November, meine lieben Zuschauer. Also das ist unglaublich. Und eine einzige Branche hat fallende Preise gehabt und man darf dreimal raten, der Einzelhandel war das natürlich wegen den Lockdowns. Alle anderen Branchen Preiswachstum. Unfassbar Entwicklung, Hannes. Muss man einfach sagen. Ganz richtig, Benjamin. Und wie gesagt, diese Inflation, die wird da, glaube ich, nächstes Jahr erst richtig an Fahrt gewinnen. Und dann haben wir ein zweischneidiges Schwert. Wir haben auf einer Seite mehr oder weniger die großen, großen Firmenbleiten. Wir haben die vielen Arbeitslosenzahlen, die steigen werden. Wir haben die staatliche Repression, was zunehmen wird. Und dann diese Inflationswelle, was dann erst ganz unbemerkt schleichend daherrollt und dann an das größte Vermögen geht. Aber Benjamin, das Gute ist, wir Zykliker oder du vor allem als Zykliker weißt genau, man kann sich auch für diese Inflationswelle schützen. Und nichts anderes im Grunde wollen wir bei Invest die Bestie machen. Wir wollen sagen, okay, es gibt Möglichkeiten für dieses Szenario, was da auf uns zurollt jetzt. Und das ist kein schönes Szenario, aber sich davor auch zu schützen und noch mehr Benjamin, sogar Gewinne daraus zu fahren. Es gibt in jedem Umbruch, es gibt in jeder Krise, und es gibt in jeder Situation, in jedem Zeitpunkt des Zyklus Gewinner und Verlierer. Ich persönlich bin der Meinung, in dieser Krise wird es verdammt viele Verlierer geben. Es werden sehr, vor allem in Europa, wird es verdammt viele Verlierer geben. Und Einzelne weniger, Einzelne, die, sage ich mal, einen gewissen Unternehmergeist haben, eine Schaffenskraft und keine Lethargie des Wertens, was der Staat für einen macht. Jene werden zu den großen Gewinnern gehören und jene werden auch dann irgendwo berufen sein, ein neues, vielleicht ein Stück weit besseres Europa aufzubauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Als der Benjamin wollen wir uns einmal schützen, vorbereiten und vielleicht auch Gewinne aus diesem Umbruch herausnehmen. Was sind da deine konkreten Tipps dazu? Also natürlich gibt es ja unglaublich viele Chancen. Immer wenn eine Inflation kommt, du darfst nicht vergessen, wenn ich zum Beispiel etwas leer verkaufe, wenn ich zum Beispiel im Aktienmarkt klassisch eine Aktie short gehe, eher, wie viel Prozent kann ich machen? Ja, 100 Prozent, bis die Aktie bei Null ist, dann cover ich den Short und das war's. Aber in einer Inflation bedeutet, fast alle Vermögenspreise ziehen weiter an. Das bedeutet, hier bekomme ich Multiples. Das heißt, ich kann nicht nur 100 Prozent machen, sondern viel, viel mehr. Und gerade in einem inflationären Marktumfeld, das ist der Traum eines jeden Spekulanten, aber natürlich auch eines jeden Investors, der weiß, wie man sich richtig positioniert. Und natürlich gibt es Bonds im Mitgliederbereich. Ich meine, unsere Mitglieder haben dieses Jahr schon unglaublich viele dieser Investments und Trades mitmachen können. Es ist einfach so, es ist gewaltig viel passiert dieses Jahr. Wir haben auch so, so, so viel richtig prognostiziert und die Latte liegt natürlich extrem hoch. Allerdings gibt es jetzt auch die Möglichkeit, jetzt noch im Dezember, unter dem Bonuscode INVEST, die ganze Jahresmitgliedschaft um 290 Euro. Da gibt es Wochenupdates, alle zwei Wochenupdates über die gesamte Marktlage. Wir sprechen über Zyklenupdates, einmal im Quartal, wo wir die ganze Welt, die ganze zyklische Sicht in eine Präsentation verfassen, wo man wirklich sofort weiß, wo stehe ich, was ist zu tun. Und dann haben wir natürlich noch die Alert Area, die ist auch noch mit dabei, wo wir ganz aktuelle Nachrichten sofort an euch bei E-Mail raushauen und ihr sofort im Member-Bereich die wichtigsten Nachrichten der Welt erfasst und auch habt. Und ich glaube, das ist ein unfassbarer Mehrwert, den wir in derzeit in dieser Aktion haben, Hannes. Und selbstverständlich haben wir auch noch das Prepare for 21 Seminar. Das Prepare for 21 Seminar ist natürlich ganz was Besonderes, weil wir in diesem Prepare for 21 Seminar alle Investments, alle Trades, die interessant sind für das nächste Jahr, Aktientitel, Sektoren, alles ist dabei, Anlageklassen, was nächstes Jahr wirklich boomt. Und hier haben wir natürlich auch ein sehr, sehr, sehr interessantes Angebot derzeit für euch. Also ich glaube, es sind... Ja, vor allem, wenn man sich anschaut, wir werden nächstes Jahr, wir wissen, dass die Inflation kommt, wir müssen natürlich auch nächstes Jahr die Preise erhöhen. Von dem her ist natürlich statt die 290 Euro mit dem Rabattcode Invest eben für kurze Zeit noch möglich. Wie gesagt, der Normalpreis 390 Euro nächstes Jahr müssen wir natürlich leider auch erhöhen. Aber gesagt, Benjamin, ich sage mal, es kommt einfach in diesen großen Umbrüchen, in dieser großen Zeit immer auf zwei Dinge drauf an. Das Mindset und das Skillset, das Wissen und die Fakten. Wie gesagt, wir alle werden mit verschiedenen Fakten aus den Medien, aus der Politik gefüttert. Aber diese Fakten sind natürlich alle persönlich gefährdet. Mit jedem Fakten will man einen irgendwo hinbringen, irgendwo hin treiben. Es ist ja immer so, dass auch die Medien natürlich diese Interessen verfolgen. Die Politik diese Interessen verfolgt. Die Wirtschaft verfolgt Interessen. Und daher werden natürlich diese Fakten präsentiert. Wenn ich jetzt in der Lage bin, diese Fakten zu nehmen und die Verbindungen aus den Fakten zeigen mir dann aber auch, wohin die Reise geht. Und dann kann ich mich richtig positionieren. Wenn ich dann weiß, wo ich im Zyklus stehe, dann kann ich mich punktgenau positionieren und großer Gewinner dieses Umbruchs werden. Das haben wir nicht erfunden, denn wir haben keine Glaskugel. Wir haben das nur selber beobachten und lernen dürfen. Und wie gesagt, Benjamin, der große Fachmann für die Zyklen in Europa hat jetzt einfach, oder im deutschsprachigen Raum auf alle Fälle, hat jetzt in diesem Jahr so viele Punktlandungen gelandet. Das kann ich nach allen Mitgliedern mittlerweile bestätigen, die am Anfang auch kritisch waren zu den Zyklen. Ja, langt das alleine mit den Zyklen. Muss man da nicht noch mehr Sachen wissen und so weiter. Nein, die großen, die großen Umbrüche etc., die großen Einschnitte, die sind oft nicht schwer vorauszusehen. Und da muss man auch nicht wahnsinnig in die Tiefe gehen. Das sind die Schaumkronen mehr oder weniger, wo man dann in die Tiefe einsteigen muss. Das ist was für Investoren, für Fachleute, wie der Benjamin Langer ist. Aber die großen Zyklen reiten, das kann jeder von uns. Und damit kann auch jeder von uns irgendwo Gewinner dieses Umbruchs werden und sollte auch Gewinner dieses Umbruchs werden. Denn jeder, der sagt, ich will eine bessere Zukunft für mich, für meine Lieben, für meine Kinder, für wen auch immer, der muss, der muss, der muss ich wirklich sagen, bitte, der muss Gewinner des Umbruchs werden. Denn ansonsten kann man nicht gestalten. Dann kann man nicht die Steuern neuer Zeit nicht gestalten. Wenn man abhängig ist von staatlicher Almosen, wenn man in der Abhängigkeit mehr oder weniger drinnen ist, dann kann man nicht gestalten. Dann kann man keinen Mehrwert in diese Welt hineinbringen. Und das wäre ganz, ganz wichtig. Benjamin, ich glaube, das Inflationsthema wird uns noch länger beschäftigen. Das wird noch, ja, das wird nächstes Jahr vor allem noch ein Riesenthema. So richtig kommt es erst, Hannes. Genau, es geht ja erst los. Noch sagen ja alle, nein, es ist die Inflation, ja, ist ja noch nicht schlimm. Ich spüre an und für sich noch gar nichts. Aber die Anzeichen sind schon deutlich da. Man sieht auch schon in der Industrieproduktion, wohin die Reise deutlich geht. Also die Annahme wird mehr als bestätigt, zeigt sich schon mehr als bestätigt, dass wir ein inflationäres Szenario bekommen werden. Und alle, die was da irgendwas immer von Deflation und Lockstab, Deflation sprechen, die glaube ich, ja, sind genauso weit entfernt von der Realität, als wie, ja, manche andere Leute, die momentan sehr umtriebig sind. Und von dem her, Benjamin, das Wichtigste zum Schluss. Ja, meine Lieben, vergesst bitte eben niemals, die Zyklen schlafen besonders im Jahre 2021 sicher nicht. Nutzen wir deshalb jetzt die Chancen daraus. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Tschüss.